Hi, wir sind Katharina und Stefan und unser Spiel Who's Afraid of the Wicked Witch ist ein Tower Defense Strategiespiel. Hi, das ist Michael, ich bin Peter und wir entwickeln ein immersives, atmosphärisches Horror-Puzzle-Game. Das ist Janus Passage. Wir sind Jonas und Demian, unser Spiel heißt Flame und ist ein Geschicklichkeitsspiel mit Puzzle-Elementen. Plattformer ist ein 3D-Plattformer, in dem der Spieler durch Manipulation von Blöcken seinen Weg durch die verschiedenen Level finden muss. Mein Name ist David Schanz und ich entwickle Space Tech, ein stark Physik-basiertes Simulationsspiel. Ich bin Julius, das ist Katharina und wir arbeiten an unserem Spiel The World Below, in dem man in die Rolle eines Magiers schlüpft, der sich durch eine Arena kämpfen muss. Das ist Jasmin, ich bin Edgar, zusammen sind mit der Team Flamberg und arbeiten am Game Luktatio, einer VR-Schwertkampf-Simulation. Das ist der Alexander und ich bin der Lukas und unser Spiel Space Architect ist ein Ausflug in die VR-Zukunft des Creative Sandbox-Gameplays. Ich bin der Dominik, das ist der Peter und wir entwickeln ein 2D-Fighting-Game namens Asgard Web. Hi, das ist Andreas und ich bin Annika und unser Spiel Forests of the Lost ist ein Survival-Fantasy-RPG. Wir sind Samuel Thun und Nikolas Rapp und das ist Asteroid, ein Echtzeit-Strategiespiel im Sci-Fi-Setting für Virtual Reality. Hi, wir sind das Team Atlas Sanz und unser Spiel AMAD ist ein First Person Pasolim. und ich bin der